So, Mieze, werden wir erstmal einen Kleen zur Brust nehmen, was denn, was denn, was denn, was denn, alles reserviert in dem Saftladen, äh, entschuldige mal, gestatten, der Herr ist hier noch frei, ja, bitte, bitte, wirst du, Mieze, wir können platzen, was, so, und, äh, das ich dir liebe, das, äh, das war's, was ich dir noch sagen wollte, äh, willst du ein Bier oder willst du auch was scharfes, ich hab ja dir, schließen, willst du es aber etwa ausdrücken, dass du mir auch liebst? Weißt du doch, ich liebe dir. Ich liebe dich. Was ist los? Ich liebe dich. J. Erwin, der meint dir. Nein, dich. Ich, dich. Mir? Aber ich, ich hab Deutsch. Entschuldige mal, wie kommen Sie denn dazu, meine Braut zu duzen? Ja, entschuldigen Sie bitte, ich bin Deutschlehrer. Ja, und wenn Sie der Kaiser von China wären? Das ist meine Braut und die liebt mir. Nein, mich. Wenn mal, was, was sagst du denn dazu? Ich kenne ihn doch ja nicht. Ich kenne ihn nicht. Sie werden mir aber leicht kennenlernen. Sie werden mich kennenlernen. Ich kenne ihn, ich kenne die Silberpappel an, du. Liebze, halt mal ganz kurz meine Jacke, ja? Verehrter Herr, ich stoße Ihnen jetzt aus dem Anzug. Ich stoße Sie aus dem Anzug. Sie? Mir? Ja, kiek dir das Hebeke an. Hier, da. Ja, da kann ich nur sagen, Leute gibt's, die gibt's da nicht. Herr, kiek dir dein Volk an und tue mir nicht so wie ihn, oder? 7 Juni? Dir. 4 Juni? 4 Juni?